hallo hier ist der martin von meine monkeys dass die dachsanalyse für nun mittwoch den 13. november 2024 und unser dachs wer zum dienstag fast richtig weggerutscht der hat sich deutlich tiefer unten raus geschoben noch mal an der 19.000 probiert am doppelboden hat den erstmal nicht abverkauft wir hatten gestern darüber gesprochen dass er an sich auch gute chancen gehabt hätte oben weiter auszusteigen ja indem er einfach direkt weiter steigt unten hat man gesagt ist ein bisschen schwierig in der bewegung zur 360 zu erkennen ob das jetzt bullisch oder bärisch ist er hätte auch in einem anlaufen auf die 350 oder auf die 360 noch mal hochdrehen können hatten aber so das positive szenario abrunden können dass er entweder direkt anzieht oder eben mit noch einem kleinen bogen über eine 360 350 auftritt was hat er gemacht er ist direkt unter 350 eröffnet und war dadurch im negativen szenario das negative szenario hatten wir gestern gesagt wäre dass er unter die 350 geht und dann am vormittag schon in tief so in die 240 reinsetzt das gäbe dort eine kleine erholung geht und dann wenn er zum nachmittag auch noch runter gekippt wird oder eher dass er dann zum nachmittag auch noch runter gekippt wird weil er ja dann hier wellenschnitt hat und zu tief unten ist so war das negative szenario und das hat auch ganz gut durch gespielt und sogar noch ein schwapp mehr gegangen ich hätte eher gedacht dass er zum dienstag dann nur unter die 150 guckt um eben am mittwoch unten raus zu springen so so was habe ich zwar nicht gesagt aber so was im kopf so ein bisschen in der vorbereitung und jetzt jetzt hat er das natürlich schon dienstag schon zu schon probiert und würde ich jetzt hier zwei kästchen ziehen einmal von hier nach da um die abwärtsbewellung ein bisschen in maß zu bringen sind wir da halt jetzt genau gedreht ja das zwei gleich lang abwärtswellen egal ob man jetzt ihren channel sieht oder mit kästchen oder ein fibonacci projektion anlegt oder was auch immer man hat hier unten er hat jetzt unten das ziel angelaufen ja wir haben deswegen auch bei uns im premium hier unten eine mail noch mal rumgeschickt dass er bei stopp 75 oder so stand dass das halt jetzt die stelle wäre wo er wieder hoch schieben müsste auch am dienstag jetzt noch hoch schieben müsste um eben für den für den mittwoch auch einen rücklauf einleiten zu können ja weil der mittwoch nicht oben raus eine chance hätte wenn der dax da unten schließt oder gar da drunter schließt und das hat aber gemacht hat ist von jetzt hier unten runter wieder hochgekommen und das bietet ihm schon ein fenster das auch wieder rauszunehmen weil was haben wir denn die ganze zeit hier für ein bewegungsspiel insbesondere auch im us-handel nicht im us-handel sondern in der wahlnacht gehabt da haben wir diese range quasi ein bisschen ausgelotet ja sind oben gewesen in der 400 500 haben unten auf die 19.000 aufgesetzt und hin und her und das machen wir jetzt hier schon vierten mal so gefühlt na und man wertet sowas als range ja und deswegen ist es wichtig dass der mark geben unten oder oben raus geht die chance ist zum mittwoch da und raus zu kommen das muss man ganz klar sagen und wenn sie da ist dann ist jetzt die beste die er kriegen kann die chance ja dennoch sollte man das nicht zu safe nehmen und nicht zu einseitig betrachten ja so wie wir unsere szenarien für jeden tag aufstehen ich weiß gibt immer wieder leute die sich dann drüber lustig machen und dann sagen haha mit deinem wenn und kette kannst zeigst du in alle richtungen damit irgendwie hinterher behaupten kannst du hast ja recht gehabt so kommen viele leute irgendwie immer wieder auf uns drauf zu wenn man sich aber rückwärts die videos noch mal anhört hat man eigentlich die dokumentationslage gar nicht weil wir schon sehr genau abgrenzen wann ist es das positive szenario um eben oben raus zu gehen und wann das negative und dann ist es die aufgabe als trader von mir euch oder wie auch immer zu gucken wenn der reinkommt wenn der markt beginnt zu arbeiten 8 uhr 9 uhr 10 uhr dann habt ihr ja noch bis 22 uhr zigtausend handelsstunden zeit sind drastisch übertrieben aber es ist noch sehr viel zeit jetzt muss man muss nicht 8 uhr nach der morgen analyse den trade eingehen und dann richtig liegen sondern man kann eben gucken okay dreht er denn nach oben drückte nach unten holte sich auf nach oder ist unter 350 ist er damit vielleicht eher prädestiniert in das gäbe bei 2 45 bei 2 40 reinzugehen also man hat schon diese diese situation dass man ja den markt das man ein bisschen kommen lassen kann und das sollte man eben auch machen man sollte den einfach ein bisschen reinkommen lassen bevor man dann hinter der eben seine trades ableitet und dann kann man sich an diesen szenarien orientieren und solange der markt eben in diesen szenarien bleibt kann man die dann abtreten oder wenn man der markt hat was komplett anderes macht dann lässt man zeit dann guckt man zu und ist fein ja aber ja punkt heißt im klaren ich werde auch jetzt heute wieder nach oben und nach unten zeigen weil es ist meine aufgabe eines analyst die riesigen und die chancen zu bewerten ja also in die eine seite als auch in die andere seite zu beurteilen was passiert wenn der markt weiter steigt was passiert wenn er fällt bis wohin würde er sich bewegt wo sind wichtige niveaus denn das ist wichtig in eurer verbreitung ich bin kein helse ich weiß nicht ob es morgen steigt oder fällt ich bin derjenige der weiß oder den seit jahren den dax beobachtet und aus der situation heraus aus der bewegungsspanne aus der intensität wie eine bewegung aufgebaut ist euch eben sagen kann wie würde der dax das jetzt typischerweise machen wenn stärker reinkommt bis wohin würde er dann zurückgehen woran orientiert er sich was nimmt er als bezugspunkt der woher läuft er hin damit ihr das für eure trades nutzen können oder eben auf der unterseite ja es geht aber nicht darum zu sagen hey der markt steht morgen 22 uhr bei der und der marke ja also das noch mal ganz wichtig weil es da zuletzt dann auch wieder dahingehend kommentar gab wie es sind wieder neue leute mit dabei die das nicht verstehen wie wir arbeiten ja und deswegen ist meine pflicht das noch mal zu erklären nichtsdestotrotz habe ich es ist schon seit ewiger zeit vor dass auch mal ein video zusammen zu packen als erklärvideo dass ich sowas dann einfach immer denjenigen dann mit als kommentar drunter setzen kann um das einfach ein bisschen zu verstehen wie unser wenn dann funktioniert ja dass eben keine hellseher sind die wissen wo morgen der markt steht sondern einfach diese bewegung bewerten und daraus versuchen zur schlussfolgung wie weit kann sich die bewegung jetzt in die jeweilige andere richtung fortsetzen und da können wir jetzt direkt anfangen denn wir haben eine erholung begonnen wenn meine erholung an dem tief begonnen die wir haben das ist auch wichtig den doppelboten nach unten aufgemacht und direkt nach oben gezogen das ist für verkäufer ist das so richtig abtritt in die fresse ja und deswegen kann es sein dass der ein oder andere käufer jetzt wieder ansetzt und sich denkt okay dann probiere ich mal vielleicht probiert das jetzt auf der oberseite das wäre für den dachs gar nicht so untypisch das unten verkackt dann probiert das manchmal auch auf der gegenseite wäre jetzt ein ordentlicher sport aber ist ihm zuzutrauen ich würde es ein bisschen abgrenzen und hier erst mal sagen von unten sind jetzt die wichtigen punkte bei 1 50 und bei 2 20 ja das sind von unten jetzt die wichtigen anlaufstationen und gerade so eine 2 20 die können uns dann auch deutlicher noch mal runter drehen sollte der aber im abdrehen eher kläglich wirken träge also zum beispiel von so einer 2 20 gerade mal so eine 1 50 schaffen und dann von dort wieder nach oben treiben kann man eigentlich dann schon sagen dass alles über 2 20 dann eher richtung gebt los bei 4 20 gehen das ist der drittwichtigste punkt ja die 1 50 die 2 20 die 4 20 ist wichtig sollten wir im bärischen bilde weiter arbeiten wollen also hagenplan positiv an ein positives szenario ist wir drücken hier weiter machen klägliche rückläufe das kann auch am start schon einsetzen ja er trudelt ein bisschen abwärts aber ganz langsam ganz träge nur zur seite ja und drückt sich dann schnell wieder nach oben wäre positiv positives szenario positiv zu werten würde ihn 1 50 2 20 und auch 4 20 reindrücken solltet ihr im negativen szenario arbeiten müsst ihr schon bei der 1 50 deutlich drastisch wegdrehen oder gar aus dem stand direkt nach unten spucken und das auch dynamisch und dynamischer als er hochgekommen ist in der hohnung ja gelingt ihm das wäre dann davon auszugehen dass wir auf die 18 900 laufen ich glaube mittlerweile wird die gar nicht mehr großartig reagieren weil von dem schwung wie wir ihn haben kann er die jetzt auch direkt durchstoßen und schon mal richtung 18 8 18 67 laufen das wäre dann auch zum mittwoch erreichbar ja 800 bis 67 wäre so zielbereich fürs negative szenario setzt aber voraus dass wir a entweder von der 1 50 nach unten stoßen oder direkt hier nach unten getreten werden und damit machen wir einen haken dran beenden die analyse gucken noch mal ganz kurz in tagesschart denn da bleibt wichtig dass wir unten aus dem band raus gehen und auch hier sehen wir haben wir jetzt das dritte mal unters band gestochen aber direkt wieder hochgezogen die letzten tage oder die letzten versuche folgt daraufhin immer wieder ein umdrehen nach oben er muss eben auch unten draus mal schließen tagesschuss unten aus dem band raus würde ihm entsprechend dann durchaus tendenzen oder potenzial auf der unterseite freilegen aber stand jetzt nicht er hat jetzt hier nur an der kante und rum gekratzt und jetzt muss er zum mittwoch zeigen aber der ernst draus machen will und richtig wegrutscht oder aber sich einfach nur wieder zurückziehen ist halt na und beides kann hier nicht ausgeschlossen werden ich würde sogar fast sagen ich kann sich eher fast zurückziehen aber gucken wir mal ja lassen man reinkommen und dann haben wir schon ab der ersten handelsstunde eine deutlich bessere tendenz dafür und dann hat der tag doch viele viele handelsstunden wie man das dann eben auch für sich nutzen kann also viel erfolg gutes gelingen und morgen tschüss